Dieses Video stellt Ihnen Fotokamera-Typen und die wichtigsten Auswahlkriterien vor. Die Angebotsvielfalt lässt sich in Produktsegmente gliedern. Die Sensorgröße hat einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität und die objektive und allfällige Systemzubehör kann entscheidend sein für den Einsatzbereich. Zum Fotografieren hat man die Auswahl zwischen verschiedensten Geräten. Die einfacheren sind beispielsweise Smartphones, Tablets, Kompaktkameras oder Bridge-Kameras. Diese haben in der Regel ein fest eingebautes Objektiv, das sich nicht wechseln lässt. Dem gegenüber gibt es auch Systeme mit Wechselobjektiven. Das können spiegellose Systemkameras sein, Spiegelreflexkameras oder Digitalrückteile im Mittel- und Großformat. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die Größe des Sensors. Zusammen mit der Auflösung bestimmt er maßgeblich die Qualität, die mit dem Aufnahmesystem möglich ist. Im Vergleich sehen Sie einige übliche Sensorgrößen und ganz rechts die resultierende Pixelgröße bei einer Auflösung von einer Beispielkamera. Je größere Pixel ein Sensor aufweist, umso feinere Nuancen in der Belichtung kann er aufzeichnen und umso geringer fällt in der Regel das Rauschverhalten auf. Beziehungsweise grössere Pixel erlauben höhere Empfindlichkeiten. Interessant ist im Vergleich beispielsweise, dass das iPhone 6 einen zwar kleineren Sensor mit nur 8 Megapixeln hat, als die Panasonic Lumix TZ81, die jedoch mit 18 Megapixel auf eine kleinere Pixelgrösse kommt. Bei Modell TZ101 ist die Auflösung mit 20 Megapixeln nur geringfügig grösser, aber infolge des grösseren Sensors sind auch die Pixel massiv grösser. Somit ist dort eine wesentlich höhere Qualität zu erwarten. Kompaktkameras bewegen sich in der Regel im Bereich bis etwa 1 Zoll Sensoren, in selteneren Fällen auch APS-C. Die geringen Spiegelreflexformate sind dann APS-C oder Vollformat. Für die grösseren Digitalrückteile sind die Sensorgrössen so im Bereich 40 bis 50 mm. Die Auflösungen können dort dann ziemlich hoch gehen. Bei der Auswahl einer Kamera bzw. eines Systems spielen auch die Objektive eine sehr große Rolle. Einerseits bestimmen sie wesentlich die Qualität mit und andererseits auch die Anwendungsmöglichkeiten. Wenn Sie beispielsweise ausgeprägte Weitwinkelaufnahmen schiessen möchten, dann bieten Systemkameras mehr Möglichkeiten als beispielsweise kompakte mit fest eingebautem Objektiv. Im mittleren Bereich dürfen je nach Einsatzzweck die Lichtstärke und oder der Zoom-Bereich wesentliche Faktoren sein, die in der Praxis eine Rolle spielen. Und bei den langen Telebrennweiten sind insbesondere die Spiegelreflexsysteme wieder im Vorteil, weil es überhaupt so lange Brennweiten gibt und oder die Qualität besser ausfällt. Für Spezialanwendungen wie Makroaufnahmen oder Fischaugen und Unterwasser gibt es dann wieder Spezialobjektive, die auch den Systemkameras vorbehalten sind. Und beispielsweise für die Landschaftsfotografie oder Nachtaufnahmen können auch Stative und Blitzgeräte sehr wichtig sein. Ergänzend zu diesem Video erscheint in der Ausgabe auch noch eine Checkliste als PDF, das Ihnen bei der Auswahl Hilfe bieten kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017